Der Inhaber des Crispy-Bob-Imbisses, Erdal Koichu, wollte ursprünglich mit einer Werbeaktion eine sogenannte Goldkarte verschenken. Der Gewinner hätte in Kolkuss-Imbiss ein Jahr lang kostenlos Döner essen dürfen. Erdal Koichu, Inhaber des Crispy-Kebab. Foto Erdal Koichu Erdal Koichu, Inhaber des Crispy-Kebab. Foto Erdal Koichu Eigentlich wollten wir eine Schnitzel-Reakt organisieren und die Karte an einem geheimen Ort verstecken, schreiben die Inhaber von Crispy-Kebab auf Facebook. Doch der 29-Jährige und sein Team entschieden sich um. Statt die Goldkarte als Werbeaktion einzusetzen, spendierten sie sie lieber einem Bielefelder Obdachlosen namens Andreas, da eine warme Mahlzeit am Tag nicht für jeden selbstverständlich ist, wie es in dem Facebook-Post heißt. Andreas sitzt seit Jahren mit seinem Lager unter einer Brücke, nur 200 Meter von unserem Laden entfernt, sagte Koichu unserer Redaktion. Wir laufen jedes Mal an ihm vorbei, wenn wir einkaufen gehen. Andreas, dessen Nachnamen Koichu nicht kennt, grüße immer freundlich und man unterhalte sich kurz, er ist quasi unser Nachbar, sagte Koichu weiter. Deswegen dachte ich irgendwann, dass wir die Goldkarte doch besser Andreas schenken könnten, statt sie bei einer Schnitzel-Reakt zu verlosen. Andreas habe es kaum glauben können, als er die Karte geschenkt bekam. Er hat sich sehr gefreut. Bisher sei Andreas alle zwei Tage in den Laden gekommen, um seine Karte zu benutzen. Andreas hat die Crispy Goldkarte ein Jahr lang Crispy Kebab kostenlos gewonnen. Pokal Eigentlich wollten wir eine Post-it bei Crispy Kebab. Der Döner aus Berlin on Freitag, 13. Oktober 2017. Koichu hofft nun, mit seiner Aktion einen Anstoß gegeben zu haben. Bisher wisse er zwar noch nichts darüber, ob sich andere Betriebe von seiner Aktion haben inspirieren lassen. Ich würde mir aber wünschen, dass weitere nachziehen. Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region. Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an. Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region. Geschehen Sie eine Nachricht. Hoffentlich haben Sie eine Nachricht. Vielen Dank.